ja hier war ich ja auch schon mal genau hier gibt es ein rondell na reibst du dich da an der balustrade rum aua aua wo willst du denn jetzt hin am besten ich gehe mal ein bisschen aus dem weg dass ich entscheiden kann er wird wahrscheinlich hier reinlaufen gehen